Der letzte Talisman ist also dort versteckt. In der Stadt. Hast du gerade den Körper hinten im Dingens gesehen? Nö. Schatten. Oh nein. Was ist das für ein Ort? Was zur... Ich weiß nicht, was es ist. Mein Volk hat es ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Die Kayo? Wahrscheinlich. So etwas hässliches vor meine Stadt zu bauen. Was fällt ihnen ein? Aber es ist riesig. Wenn es vor dem Krieg nicht hier war. Wie lange bist du dann schon gefangen? Ich wünschte, ich wüsste es. Ihre schmutzige Magie hat mich lange, zu lange wahrscheinlich schlafen lassen. Mhm. Mutzig. Jo, und... Hoffentlich finden wir es bald raus. Kapitel 6. Grabmal der Gefallenen. So. Auf geht's. Stadtrundgang ist angesagt. Karusa sagt, dass es hier einen versteckten Eingang gibt. Mir gefällt das hier gar nicht. Beeint wir uns, ja? Ja. Wie immer. Wow. Im Vorgarten sind schon mal... Drei, vier, hinten hinter dem Busch. Vier? Ah ja. In dem Busch. Fünf. Sechs. Ne, fünf. Ja. Fünf. Fünf, Digger. Wo müssen wir hin? Äh, was sagt denn der Stefan? Da drüben. Da hinten rechts im Eck. Ja. So, ey, ha? Scheiße. Ich geh nach oben. Sieht sicherer aus. Ich schalte mal um auf Unsichtbarkeit. Okay. Okay. Hier ist Schatten. Ja. Ich muss ein bisschen tanken. Okay. Der schaut nicht mehr in unsere Richtung. Sag mal, bloß noch den da vorn. Ja. Da hinten geht's laut dem Stefan rein. Links. Und dann gucke ich, ob ich hoch... Ja. Perfekt. Bin oben. Mach's nach. Sehr gut. Oh, oh, der hat was mitbekommen. Okay. Ja, ja, egal. Schön, dass er dich nicht sieht und mich sieht. Ja, keine Ahnung. Okay. Katakomben. Da liegt die Katakomben. Oder Mausoleum. Unter dem Schloss. Da liegt die Katta. Perfekt für uns. Welche Katta? Die von den Katakomben. Der war wieder so schlecht, das gibt's gar nicht echt. Welche Katta? Alles klar. Ach du Scheiße. Wir sind im Schloss. Wow. Gut, dass es hell ist. Ja. Das ist das Schloss der Sonne. Guck dir mal das Zeichen an. Und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. So. Ich hätte gern was Dunkles. Verdammt. Schatten. Wo? Wo nicht, wenn wir's machen? Vielleicht komm ich hier irgendwie... Ne. Doch. Was? Ich könnte's schaffen. Ja. Ich bin drin. Und hier ist Schatten. Ach du Scheiße. Oh, da steht auch einer. Oh, da stehen überall welche. Oh, da drüben steht auch einer. Alter, wir sind voll in der Falle. Hier rüber. Oh, da ist auch einer. Da ist auch einer. Fuck. Pass auf, der kommt. Mach ihn weg, mach ihn weg. Bööö, hinter uns auch. Ich mach den weg. Fuck. Erledigt. Lass den verschwinden. Ja. Der bleibt stehen. Ich kann ihn, der ist direkt im Licht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Da hinten ist auch noch mal einer. Alter. Oben Sniper. Okay, dann gehen wir schon mal nicht nach oben. Ne. Laufen wir mal hinten weiter hier. Da ist auch wieder einer. Der kommt sogar. Was? Der guckt genau jetzt auf die Türzacke, wo wir drin sitzen. Okay. Jetzt hat er sich umgedrückt. Und jetzt ist er tot. Ist da kein... Boah, ey. Das wäre auch gefährlich. Ja, da vorne steht einer. Keine gewesen. Fuck. Warte mal. Kommen wir hier hoch? Schatten. Schatten. Komm hoch. Okay. Da steht auch wieder einer. Uh, der ist ein Sniper. Shit. Der kommt. Scheiße. Der kommt. Rechte Seite. Ja. Ich hab ihn gesehen. Ja. Ich kann nicht. Vergiss es. Jetzt erst. Jetzt. Okay. Erledigt. Okay, ich lass ihn verschwinden. Ja. Nehmen wir die Sniper mit Messer. Gleichzeitig. Okay. Nimmst du die eine, den einen, nicht den anderen. Warte, ich muss auf Messer gehen. Warte, warte, warte. Nein, ich seh da hinten einen. Warte. Mach langsam. Ja, bei mir ist auch noch einer. Ja, mein ich ja. Bei mir ist keiner. Egal, dann... Ne, der sieht uns vielleicht, der Sniper. Der bewegt sich. Wenn er sich wegbewegt, dann kannst du ihn nehmen. Sag mir wann, du? Ja, sag du. Ich könnte jetzt. Ja, ich kann die ganze Zeit. Jetzt. Zack. Ähm. Hä, der hat den Falschen umgehauen. Egal, dann mach ich ihn. Nein. Hätten von Hand machen können. Egal. Wieso hat denn der denn zwei Falschen jetzt angewählt? Lass sie verschwinden und dann komm her. Ja, ich bin dabei. Ja, das Messer hätte man uns sparen können. Toll. Egal, hier gibt's eins, zwei, drei, vier, vier Schreine. Okay. Okay. Aragami, Karus hat mir gerade eine Neuigkeit gebracht. Er meinte, der zentrale Raum ist unmittelbar hinter diesen Türen. In der Mitte ist eine Tür, durch die wir hindurch müssen. Allerdings ist sie durch eine Lichtbarriere geschützt. Bezieht ihre Energie aus vier Kugeln. Jeder davon befindet sich in einem eigenen Raum, der ein Element gewidmet ist. Feuer, Wasser, Erde und Wind. Du musst sie zuerst alle zerstören, um an den Talismen zu kommen. Na, also so. Nee, wie erfrischend. Wie erfrischend, ja. Ich hab erstmal kurz meine Messerchen wieder aufgeladen. Okay. Ja, ich hab ja noch eins. Wohl. Du hast gesagt, hier sind noch einige, gell? Jaja. Ich geh aber trotzdem mal wieder auf Kage. Ist das irgendwas? Ja. Da sind wieder Sniper. Und der kommt, ja. Der kommt. Bleib in Deckung. Bin in Deckung. Es gibt nur Schatten von diesen Fahnen. Da hinten ist auch noch einer, der. Oh, das können wir nutzen. Okay. Sehr gut. Tadam. Tada. Wow. Alter. Der dreht sich in dem Augenblick. Manchmal ist das echt übertrieben. Okay. Der andere Sniper. Okay. Das ist der erste Tempel. Erde. Guck, da ist schon wieder einer. Ja. Also gehen wir in den Erd-Tempel. Alles klar. Gehen wir von unten rein oder oben? Gehen wir von oben. Oben haben wir eine bessere Übersicht. Vorsicht, da ist einer. Vorsicht, Vorsicht. Ach du Scheiße. Bye. Ach du Kacke. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab grad keine Sicht. Nämlich aufpassen. Der läuft hier ganz nah am Fenster. Nicht nah, dass der uns sieht. Also ich... Wenn er mich jetzt sieht, dann... Titter. Uh. Da ist er. Der kommt. Okay, lass mal doch von unten reingehen. Vielleicht können wir von unten doch noch mehr sehen. Okay. Ich check hier mal. Da ist einer. Der dreht sich. Hier ist keiner. Der haut ab. Okay. Auf meiner Seite war keiner, gell? Jaja. Uh, da ist auch einer. Alter. Alter, ich muss den wegmachen. Pass auf, der kommt. Der kommt. Der kommt. Jaja. Da oben ist auch ein Sniper. Fuck. Mach's gut. Okay. Check jetzt zur Sicherheit nochmal die andere Seite. Andere Seite kommt keiner. Alter, wo ist das Ding? Irgendwo da drinnen. Schau dich um, Masti. Ich bin dabei. Alter, wie viele. Eine Tür. Ist da oben jemand? Alter, das ist ja übertrieben, bitte. Diese Tempel sind ja riesig. Wo soll das jetzt sein, wo wir reinkommen? Keine Ahnung. Okay. Vorsicht, gell? Mhm. Oben Sniper. Bin unten, unter der Brücke. Ist ein perfekter Schleichweg hier. Ja? Ja. Bin hier so unter den... Äh, ja. Ich bin hinter dir. Da ist keiner. Da ist einer. Nicht nach, dass wir noch einen übersehen. Ja! Gerade sag ich's. Da ist noch einer. Ach du Scheiße. Alter, bitte. Schon übertrieben, wie viele. Ja. Uh, da kommt... Ah, da ist ja noch einer. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin wieder zurück. Wieder unter der Treppe. Da ist noch einer. Da um die Ecke steht noch einer. Hä? Das ist echt krass. Was ist denn das machen? Was töten? Wie können wir eigentlich das Monster aus dem Schatten beschwollen? Ich beschwüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüch. Ne, ich hab keine Ahnung... ...scheiße, ich muss den erledigen. Der kommt einer runter, der kommt runter. Jajaja, ich hab' ihn doch schon. ZACK! Wurff geschlitzt. Jetzt kommt der andere. Den müssen wir auch erledigen. Ja, ich muss mich kurz hier ein bisschen verstecken. Der kommt? Okay. Gut. Und da ist auch einer. Der steht im Licht. Ja, das ist das Problem. Ich logg den mal hierher. Ja, wette, komm. Fuck. Der Sniper hat auch was gehört. Welcher? Wo? Schießt der auf uns? Nö. Doch, eine Sorge, mich. Zack. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp. Jo, der hat schon geschwungen. Ja, ich hab's gesehen. Was? Nee, nee, alles okay. Okay, lass mal hier hinten weitergehen. Hier ist ein Gang. Was? Das ist ein Loch. Perfekt. Uh, da ist auch einer. Aufpassen. Okay. Grabsteine. Das ist schon wieder so ein Mausoleum, oder was? Ja, ich komme mir vor, als wäre ich dauer-tot. Ja, wir sind ja ein Rachegeist. Also, wir sind ja tot. Ah, guck mal, was da hinsch. Ah, und auf Wiedersehen. Sehr gut. Was? Der hat es gehört? Egal. Egal. Soll runterkommen. Ist hier ein Weg vielleicht rein? Warte mal. Ja. Da ist noch eine. Hier ist noch eine, Mastie. Was? Wow, das haben die gehört. Runter. 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 Huh? Was? Ja. Kein Grund zur Sorge. Das war's. Erd-Tempel ist vorbei, jetzt müssen wir uns wieder rausschleichen. Der eine ist immer noch gelb, gell? Hm, vielleicht bugt der aber auch wieder. Aufpassen. Da ist einer, da ist einer. Ja, ja. Schleich dich so raus, wie wir uns reingeschlichen haben. Vorsicht. Unter die Treppe wieder. Ja. Perfekt. Und ich bin draußen. Sehr schön. Das war Nummer eins. Auf geht's zu Nummer zwei.